Einen wunderschönen guten Tag an diesem schönen hässlichen Montag. Wir wissen was der Montag uns bringt, nämlich gar nichts. So Hirsch, ich brauche aber ein Wildschwein. Ah, die Musik ist so geil wieder. Hier rennt alles rum, Fuchs, Hirsch, aber kein Wildschwein. Ach, die sind ja auch da unten. Rothund. Das blöde Vogel. Ah, die Sonne geht auf. Ah, ich muss niesen, shit. Kopfschuss. So, nicht mit mir. Wildschweine. Also das geht echt leichter als bei Far Cry 3. Wildschweinhaut und noch einmal Wildschweinhaut. So. Jetzt können wir was Schönes herstellen, ne? So, Herstellung. Munitionsbeutel hergestellt. Wurfgeschosse, Sprengstoff. Schwermunitionstasche. Köcher. Köderbeutel. Spritztasche. Beutetasche. Zwei Sam... Sambarfell. Das sind diese Hirsche, die hier rumrennen, ne? Das könnte ich auch noch gleich machen. Ah, da sind die Hirsche schon. Das trifft sich gut. Und Munition brauche ich. So. Sambarhaut. Ich brauche noch mal. Moin. Kollegas. So, hier ist irgendwie eine Gedenkstätte haben wir da. Ich gehe mal wieder zurück. Vielleicht sind dann wieder da Sambare. Gibt es die Viecher überhaupt wirklich? Keine Ahnung. Ah, ist ja schön, endlich mal wieder so moderieren zu können. Der Husten ist weg, der Schnupfen ist weg. Es ist ein Traum. Traum. Ein Traum ist es. Oh, fuck. Noch fünf Patronen. Also das kriegen wir definitiv nicht hin. Hör auf zu ruckeln. Das fuckt ab. Drecksdingensen. Ist aber auch so bei Assassin's Creed. Da ruckelt es auch. Mein Freund, der hat... Ich sag mal, gut, er hat zwar nicht mehr so den neuesten Rechner mehr, aber bei ihm ruckelt Assassin's Creed selbst auf den niedrigsten Einstellungen. Und das ist schon sehr heftig. So, verkaufen, schnell verkauf. Was haben wir denn eigentlich sonst noch? Rot und Felsen, Barhaut. Die brauchen wir. Plastikelefant. Dieser Elefant stammt aus dem fehlgeschlagenen Versuch der Firma David Trinquatoi Co. Du Scheiße, ey. Was für ein Name. Wackschallfiguren für wässliche Kinder in Massenproduktion herzustellen. Ach, mein Geldbeutel ist voll. Mann! Kann ich mir kein Geldbeutel kaufen? Da mach ich das nämlich jetzt. War vom Einzigartes Munition. Karten? Nein, nein. Ach nee, Gegenstände muss ich gucken. Körperpanzer. Nein, 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 nein. Bemalte Dickhaut. Bemalte Dickhaut. Ach so. Küratselefanten sind nun in traditioneller Festtagsfarbe bemalt. Dieser Artikel kostet 20 Uplay-Units. Gehe zu Uplay, um diese Belohnung freizuschalten. Mach ich auch noch. Haftgranaten. Mhh. Schön, da freut sich der Profit. Karten. Munition. Einzigartiges. Gut, kann man nicht kaufen. Okay, also man muss den Shit echt herstellen. Boah. Okay, ich hab wieder Muni. Gehen wir mal gucken, ob wir wieder ein bisschen Sambar-Haut finden. Daraus können wir uns dann den Beuterrucksack machen, gell? Es gab einen Angriff. Ich brauche sofort Hilfe. Später. Ich muss mich, hoppla. Ups. Erstmal ausrüsten. Äh, Sambare. 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 Mh. Äh. Sambaras. Was haben wir da? Sambare. Dann nehmen wir doch gleich auch den Außenposten da drüben einfach. Machen wir doch glatt hier. Wir haben ja Zeit. Wir haben Geld. Wir können alles machen. Oh nö. Wie der Außenposten ist da hinten. Rotund? Rotund! Drecksköter. Ich brauche unbedingt mal ein Visier für die AK. Unbedingt. Ich kann mit dem manuellen Visier habe ich Schwierigkeiten. Ich brauche dringend... Was Neues. Hier hängt irgendwo ein Poster. Ein Zettel. Ach du Scheiße. Wettschein. Rupien haben wir hier. Rupien. Ah. Äh. 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 Nein. Da haben wir... Dingens. Wo ist das Poster? Da ist das Poster. Rrrr. Runtergerissen. Wie die Kleidung. Guten Tag. Ja. Äh. 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 Anti-Baby-Pille habe ich bekommen. Ha. Nice. Die könnte ich gebrauchen. Was? Ne. Könnte ich nicht. Wildschweine. Brauche ich aber nicht. Ich brauche eher Samba. Äh. Äh. Fahr mal ordentlich. Ah. Ein Samba. Nein. Bleibst bei mir. Komm her. Oh ne. Das sind wieder diese Scheißviecher. Die ewig weit rennen. Ich seh's schon. Das wird lustig. Das wird lustig, Freunde. Alter, wie viele. Ich hätte jetzt so Bock, ne Granate zu werfen. Aber ich kann nicht. Oh. Oh. Hä? Was bist du denn? Was habt ihr denn jetzt vor? Es gibt keine Hoffnung für dich. Tiger. Fuck. Na gut. Oh, es brennt. Es brennt ein bisschen doll. Toll. Die Tiere sind auch weg. Danke. Fotzen, ey. Ach ne. Da hinten ist es. Gott. Moin. Sehr gut. Ein Bär. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir doch schon fast hergelaufen, ne? Mann. Wo ist denn das Scheißanbar jetzt hin, ey? Mann. Gut. Machen wir's halt doch. 2.095 Meter sind wir. Was ist das denn hier? Ach, ist das... Ne. Hä? Eine... Gläub... Eine gläubige Städte... Dingens... Da will ich aber nicht hin. Ich wollte eigentlich da hin. Ach, wie? Das ist hier? Auf der anderen Seite der Brücke ist Pagans Territorium. Manchmal hört man komische Geräusche von dort, aber hier herrscht ja auch Krieg. Wer weiß da schon? Kann ich hier... Ich höre nichts. Ich will mich erst ausrüsten. Ich will jetzt nicht so unbedingt in den Kampf ziehen. Wildschwein, wir sind hier im Sambar Territorium. Irgendwie... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich das falsch ausspreche. Ach, was ne Oase, ey. Können wir da oben rein? Nein. Okay. Also wie wir hier so direkt hantieren können, weiß ich noch nicht ganz. Ähm... 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 Wildschweine... Kollege mit der MG... Ich bin's AJ again, Motherfuckers. Haben die den Tiger freigelassen? Die haben doch echt nicht den Tiger jetzt freigelassen, oder? Ah! Ha! Hab ich dich. Komm her. Wunderbar, Sambar. Ah! Ich will immer auf... Ich muss ja auf M drücken, das ist so ungewohnt. Beutetasche. Baramfell, Baramfell. Keine Ahnung. Kommt Leute, es war einer, den kriegst du doch wohl hin. Meinschen, Skinners. Oh, ein Gyrokopter. Den nehm ich doch gerne. Äh... Wo wollten... Wo wollen wir hin? Ach, Schnellreise. Egal. So, erstmal nach Hälse. Dort verkaufen. Ach, Fuck, der Geldbeutel. Leck mich doch am der Dash. So, Waffen. Die Hammer. Warum kann ich kein... Äh... Keine Waffe, der im Guerilla-Kriegsrüstung ist verbunden gebraucht hat. ICR-Kfee, äh... Zulässig, bla bla bla. Wie kann ich denn... Warum kann ich denn nicht... Ja, gut, sie ist da. Aber warum kann ich jetzt hier keine... Visiere oder ähnliches benutzen. Das ist ja doof. Äh... Ja. So, unbedingt... Viel können wir immer noch nicht machen, ne? Wurfmesser haben wir auch drei ein paar. Ach, hey, was machst du denn hier? Du, das nicht, Mann! Ey, er geht's mal! Super! Bin unterwegs! Los! Los, los, los! Bin ich mit dir! Ich muss die verraten! Hörbe! Ihr seid tot, ihr! Du holst das, Tatsche! Tricksack! Autsch! Mann, da war kein Nansen, was? Das hätte ich gebraucht. Toll, ihr Otzen! Geil hingekriegt! Ach, Mann! Naja, gut, was soll's. Ähm... Wir haben... Wir haben hier noch etwas. Wir haben hier noch... Wir haben so viel mittlerweile und wir sind hier oben schon. Boah! Echt so viel zu tun haben wir. Sollen wir zum L? Longinus? Du hältst die große Mengen Rupien. Die kann ich aber nicht aufnehmen. Was brauche ich denn nochmal für den... Geldbeutel? Baralfell. Baralfell. In der Stärke. Teilweise gelehrte Söhne regeln sich viel schneller. Das nehme ich mal. Hm... Semba... Wo haben wir denn hier? Badra... Baral? Hä? Baralfell. Natürlich. Ist da irgendwo was in der Nähe, dass wir da gut hinkommen? Ja, na so ein Zufall auch. Stellreise! Ah, Geiselretter. Oh, man kann so viel in Far Cry 4 machen, das ist unglaublich. Aber natürlich erst mal... Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Alles gut, meine Liebe. Alles in Ordnung. So. So, dann geht's mal Baral finden, ne? Den guten Baral. Oder das Baral, wie auch immer das Vieh heißt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Far Cry 4. 4. Ich dachte, das ist schon ein Baral, aber nein. Ist ein Dreckschwein. So, hat einigermaßen gut funktioniert, das Jagen. Immerhin haben wir jetzt uns ein bisschen Ausrüstung verschafft. Womit wir, glaube ich, oder hoffe, dass wir da definitiv besser durch die Level kommen. Aber ich glaube, wir werden in Zukunft noch viel öfters jagen gehen. Well, not this. We have a party waiting for you. So, das ist ein Dreckschwein. Bis zum悄 永 Abonniert Abonniert O Wo der Teufel ist? Wo der Teufel ist? Awesome! Untertitelung des ZDF, 2020